Hallo und guten Tag an alle, die an dem Video interessiert sind, wo ich erzähle, wie es mir mit Patricia ihre Unterstützung beim Coaching gegangen ist. Also ich muss sagen, ich habe mich unglaublich gut mit ihr verstanden. Das war very easy, ins Gespräch zu kommen und ja, bei mir ging es jetzt nicht um eine Businessfrage, es ging auch nicht, also ja, ich muss vielleicht dazu sagen, ich war 30 Jahre mit meiner Partnerin liiert, die dann aber leider 2014, also vor fünf Jahren, an Krebs gestorben ist. Und das hat mich natürlich insgesamt sehr zurückgeworfen, wobei ich die ersten Jahre ganz gut damit zurechtkam, weil ich mich auch damals schon mit Lebenshilfen und spirituellen Fragen auseinandergesetzt habe. Und das war mit so ein Grund, warum ich jetzt auch nochmal Hilfe gesucht habe und gefunden habe. Ganz, ganz toll fand ich auch in dem Zusammenhang, dass Patricia unglaublich belesen ist und auch unglaublich viele Ansätze kennt, wobei sie ja letztlich jetzt ihre eigene Erkenntnisse hat dazu und gar nicht mehr so buchorientiert ist, was ich gut finde. Aber schön war die Basis eben mit Abraham Hicks oder Esther Hicks, die diese Wesenheit Abraham channelt, weil ich mich damit schon unglaublich viel auseinandergesetzt habe und das eben auch genau die Lehre war, die mich über den Tod von meiner Lebenspartnerin gerettet hat. Und ja, genau, das war auch eine wunderbare Basis natürlich mit Patricia, weil sie die Lehren sehr gut kennt und ich das dann nicht erst erklären musste, wo ich dann manchmal, auf welchem Schiff ich da bin. Es war sehr beeindruckend, wie haargenau und detailgenau sie ihre Fragen gestellt hat, mich durchschaut hat. Sie hat mich des Öfteren sehr gut durchschaut, besser als ich mich selbst, das ist ja auch genau der Witz. Und sie hatte immer super Anregungen, was ich jetzt einfach tun soll, Montag, Dienstag, Mittwoch, um eben mich selber da, mir selber auf die Schliche zu kommen und auch zu gucken, wie verursache ich eigentlich immer wieder dieselben Dinge. Was ist das? Und ich meine, der Ansatz, den sie ja auch hat, der mit Dr. Joe Dispenza zu tun hat, dass man einfach jemand oder eine andere werden muss, um andere Dinge zu erfahren und andere Dinge zu erleben. Und das ist ja etwas, was mir zwar sehr einleuchtet im Kopf, aber genau in diesen acht Wochen Coaching war ich halt immer wieder durch die täglichen Videos, die ich von mir selber machen durfte und ihr schicken durfte, durchschaubarer einfach auch für mich und genau zu sehen, ich drehe mich im Kreis oder oh, jetzt habe ich ein Stück gemacht oder aha, hier hat sie mich wieder genau auf den Pfad geführt. Und ich fand es einfach wunderbar, weil sie unglaubliche Ideen hat und interessante, witzige Lösungen oder Lösungsvorschläge hat. Ich meine, den Weg selber, den muss ich gehen. Also da hilft das aller, aller, allerbeste Coaching nichts. Aber es ist so, wie früher bei den Eisenbahnen, die an Weihnachten aufgebaut wurden, wo diese kleinen Loks laufen. Und die fährt ja auch selber. Aber wenn man mal von diesen Gleisen, wenn sie mal von den Gleisen abgekommen ist, dann muss es eben eine oder jemanden geben, der die wieder da drauf setzt. Und ich glaube, dass Patricia diese Gabe bei Menschen hat, sie wieder auf ein Gleis zu setzen, auf ihr Gleis zu setzen. Und ja, ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Sehr, sehr, sehr froh, obwohl ich immer noch immer wieder mal strauchle und vielleicht auch noch nicht so weit gekommen bin, wie ich gedacht habe, was ich da eigentlich Ugi-Zugi begriffen habe vom Kopf her. Mein Verstand arbeitet schnell. Aber mein System hat einfach unglaublich lange üben können, diese andere Susanne. Und ja, jetzt übe ich es einfach rückwärts. Und mit Patricia bin ich ja trotz allem immer noch verbunden. Ich bin eigentlich auch in dem Think Big Club, hatte aber bis jetzt noch nicht die Zeit, an einem der Meetings teilzunehmen. Aber das werde ich auf jeden Fall beim nächsten anstreben. Und ich bin wirklich sehr, sehr, sehr froh, dass ich so eine herzenswarme, sympathische Löwefrau gefunden habe, weil das irgendwie mit mir zumindest hervorragend harmoniert hat. Ja, also ich kann es nur empfehlen. Wirklich eine tolle Sache. Ja, dann grüße ich euch alle hier herzlich und vielleicht sehen wir uns irgendwann irgendwo Think Big Club.